Seid gegrüßt Spielzeugfreunde. Schön, dass ihr wieder auf dem Kanal Spielzeugdreams für Jung und Alt gelandet seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei einem weiteren Video von uns reinschaut. Was haben wir euch heute mitgebracht? Heute möchten wir euch über den Opel Speedster sprechen. Opel Auto ist sehr, sehr selten und ist bei uns auf den Straßen eigentlich fast gar nicht mehr zu sehen. Bestimmt fragt ihr euch, aber was hat das Motorrad jetzt damit zu tun? Ja, uns ist bewusst, eine Kawasaki Ninja hat nicht unbedingt etwas mit einem Opel Speedster zu tun. Und genau im nächsten Moment haben wir uns gedacht, doch eigentlich haben diese beiden Fahrzeuge ganz, ganz viel miteinander zu tun. Dazu aber gleich mehr. Kommen wir zu ein paar allgemeinen Informationen zum Opel Speedster. Der Opel Speedster ist ein Cabrio, ein Roadster, zweisitzig und wurde von 2001 bis 2005 produziert. Der Speedster basiert auf der Lotus Elysee und wurde auch im Werk von Lotus im englischen Hazel hergestellt. Für die Serienproduktion waren ursprünglich ein Kontingent von 10.000 Fahrzeugen vorgesehen. Ja, aber da die Nachfrage einfach viel, viel schlechter als gedacht war, ist dann die Produktion 2005 nach nur 7.207 Exemplaren beendet worden. Darum kann man sich dann auch jetzt viel, viel besser vorstellen, warum wir von diesem Fahrzeug eigentlich soweit keinen auf der Straße sehen. 7.207 Exemplare weltweit, das ist einfach nichts. Das, wenn man sich überlegt, wenn man sich überlegt, dass von einem Golf Millionen Fahrzeuge auf den Markt kommen. Von diesem Auto sind im Jahre 2001 bis 2005 lediglich 7.207 Exemplare auf den Markt gekommen. Der Opel Speedster ist ein Auto, was es 2001 bis 2003 mit einem 2,2 Liter Motor mit 147 PS gab. Und dann hat Opel in Kombination mit dem Eco Motor eine Turbo Variante rausgebracht. Von 2003 bis 2005 leistete der Motor dann 200 PS. Jetzt kommen wir aber mal zu diesem schönen Modell. Genug mit den ganzen technischen Daten. Wir wollen euch das Modell des Herstellers Maisto vorstellen. Maisto ein Modell Autohersteller. Aber nicht nur Autos werden hergestellt, sondern wie ihr sehen könnt, auch Motorräder zum Beispiel. Auch das ist ein Grund, warum die Kawasaki hier mit in das Video gekommen ist. Wir sprechen hier auf jeden Fall schon mal von dem gleichen Hersteller. Der Opel Speedster ist sehr detailgetreu gebaut. Schön die Nebelscheinwerfer. Alleine die Farbe Orange ist sehr präsent. Wunderschöne große Felgen, die Bremsscheiben dahinter zu erkennen. Hier ist der Tankdeckel angebracht. Das Auto ist etwas verstaubt. Habt da bitte etwas Verständnis für. Die Autos stehen bei uns in unserer Sammlung in der Vitrine. Und somit bleibt Staub einfach nicht aus. Der Staub ist auch gar nicht mehr ganz so einfach zu entfernen. Denn über die Jahre ist der R echt etwas hartnäckig. Wer dieses Auto noch nie gesehen hat, eine absolute Besonderheit dieses Fahrzeug ist, dass die Auspuffanlage und zwar die Endrohre am Heck übereinander angeordnet sind. Das ist wie gesagt ein Merkmal, was es so bei sehr sehr wenigen Autos überhaupt zu sehen gibt. Auch diese Geschichte alleine, dieses technische Bauteil macht den Opel somit sehr sehr einzigartig. Meisto hat auch den Innenraum sehr sehr schön gestaltet. Mit dem Silber-Schwarz in Kombination so in der Art sieht das Auto auch in der Realität aus. Ansonsten haben wir schon gesagt, die Farbe ist gigantisch. Das Auto allgemein ist ein sehr sehr schönes Modell. Wir sind da echt froh, dieses Auto in unserer Sammlung zu haben. Drüben haben wir die Kawasaki stehen. Kawasaki Ninja sollte unter allen Motorrad-Experten von euch auch ein Begriff sein. Kawasaki Ninja 2X9R. Hier sprechen wir auch von einem Meister-Modell im Maßstab 1 zu 18. Dieses Modell ist bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen für 5, 6, 7, 8 Euro zu bekommen. Dann muss man sich die Versandkosten noch ausrechnen, aber im Grunde genommen diese Modelle sind gut und günstig zu bekommen und trotzdem wie wir finden sehr sehr schöne detailgetreue Modelle, die da Meisto für die Motorrad-Fans von euch baut. Beim Opel Speedster sieht es ein bisschen anders aus. Das Modell ist im Maßstab 1 zu 18 nicht ganz so günstig zu bekommen. Wir sprechen hier ab 15 Euro bei Ebay. Kleinanzeigen haben wir ihn gefunden. Jetzt müsste man da noch den Versand mit dem Verkäufer aushandeln. Wenn man auf ausgepackte Modelle Wert legt, ist das absolut in Ordnung. Dann kann man sich so ein Modell für 14, 15, 18 Euro vielleicht inklusive Versand für 20 Euro schicken lassen. Neu eingepackt muss man dann etwas tiefer in die Tasche greifen. Dann gibt es so ein Modell bei Ebay für 39, 99 Euro. Aber wir haben es auch ausgepackt. Wir können damit gut leben. Wir können uns so in der Vitrine sehr daran erfreuen. Auch das Motorrad ist im ausgepackten Zustand. Auch damit können wir sehr sehr gut leben. Wir haben auch nicht von allen Modellen die Verpackung. Sterben tun wir davon nicht. Um sich daran zu erfreuen, um die Modelle in der Vitrine stehen zu haben, ist eine Verpackung natürlich nicht zwingend notwendig. Wenn man jetzt auf den Wert, also um damit Geld zu verdienen, Wert legt oder wenn man diese Fahrzeuge mal weiterverkaufen will oder wieder in den Markt bringen will, dann wäre eine Verpackung natürlich sehr sehr gut und vom großen Vorteil. Jetzt müssen wir nochmal zum Schluss erwähnen, wie kommt das, dass wir hier eine Kawasaki Ninja und einen Opel Speedster zeigen. Für uns sind das beides Fahrzeuge, die für Spaß stehen. Fahrzeuge, die für ein Hobby stehen. Hier leben Leute ihre Träume aus. Man wird mit einer Kawasaki Ninja nur selten in Urlaub fahren. Auch mit einem Opel Speedster wird selten die ganze Familie eingepackt und damit nach Spanien, Italien oder nach Österreich in Urlaub gefahren. Beide Fahrzeuge stehen für uns als Zeichen Sommer, Sonne, Spaß haben, Hobby ausleben. Man setzt sich rein. Es kommt das Gefühl vom Freisein, Abschalten, mal alles hinter sich lassen. Das sind keine Fahrzeuge, die für Vernunft stehen. Dieses Auto mit 2,2 Liter oder auch mit 2 Liter Motor ist da, um Spaß zu haben, um das Wetter zu genießen, um die Kurven im ländlichen Gebirge zu erobern. Genau wie die Maschine, die Kawasaki steht dafür, einfach mal Gas zu geben, einfach mal den Wind an sich zu spüren, mal zu beschleunigen. Vernünftig wäre eine BMW mit Koffer. Da kann ich mein Kind schön hinten drauf nehmen, da kann ich aber auch mal in Urlaub mitfahren. Ihr wisst, was ich meine. Diese beiden Fahrzeuge sprechen nicht unbedingt für Vernunft. Diese beiden Fahrzeuge sprechen einfach von Freiheit, von Spaß, Hobby. Einfach abschalten, vielleicht vom ganz normalen Alltag. Und von daher haben wir diese beiden Fahrzeuge, weil sie auch vom gleichen Hersteller von Meisto sind, haben wir diese beiden Fahrzeuge mal in ein Video gepackt. Auch wenn diese beiden Fahrzeuge natürlich in der Realität nicht unbedingt so viel miteinander zu tun haben. Einmal ein Motorrad, Kawasaki Ninja und Opel Speedstar. Das sind nicht unbedingt Fahrzeuge, die man jetzt miteinander in Verbindung bringen würde. Aber wir hoffen, ihr versteht die Verbindung, die wir da herstellen möchten. Ein Hobby, was man auslebt, frei sein. Und das, denken wir, bringen diese beiden Fahrzeuge schon mit sich. Jetzt bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder in einem unserer Videos dabei wart. Seid doch so nett, lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Wir würden uns da sehr, sehr freuen, euch in einem der nächsten Videos mal wieder begrüßen zu dürfen. Wir finden es klasse, wie ihr uns unterstützt. Und somit werden noch viele, viele weitere Videos in der Zukunft kommen, eingestellt werden. Und wenn irgendwas ist, schreibt uns in die Kommentare. Wir würden uns da über einen regen Austausch freuen. Schreibt uns mal, habt ihr auch diese Modelle? Schickt uns vielleicht mal ein Foto. Vielleicht fahrt ihr dieses Auto auch in der Realität. Das wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn es vielleicht Leute gibt, die diese Kawasaki Ninja oder diesen Opel Speedstar in der Realität fahren. Zeigt uns ein Bild, schreibt uns in die Kommentare. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir da im Kontakt bleiben. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße von uns und seid auch demnächst wieder beim Kanal Spielzeugdreams für Jung und Alt mit dabei. Liebe Grüße, Tschüss und Tschau.